ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Daniel Chang Daniel Chang Daniel Chang Der ist richtig gut So Machen wir gleich neben Schweres Einfaches kann jeder Aha Was machst du denn Erwin? Wir spielen mal ein wenig White Bart mit einer Hand Weil die zwei brauchen wir noch zumeist Rauchen Aha Gamen Und rauchen Und noch ein wenig Suf So wie du das gehört Vergar die darf ich leider nicht mehr Arzt hat es verschrieben, kein Alkohol mehr Haha Gut, also Viel Spass Probieren wir mal ob man das noch könnte Beim Einhändigen Vergnügen So ohne einüben ist ja recht schwer aber Färfen wir schon Hey, der fährt ja noch recht gut und da Entweder Du Entweder Ja Entweder Jetzt sind wir schon erst in der ersten Runde. Erst in der ersten Runde. Ich wäre froh, wenn ich so gut mit beiden haben. Ja, das ist keine Sache. Wenn man so an die 2000 Stunden Viper gespielt, dann kann man das schon. Eigentlich habe ich nur zwei, wenn wir dabei sind. Das weiss ich nicht. Das hier. Ich habe nichts perfekt. Ja, da können wir noch Kaffee trinken. Oh, Turbo. Oh, nochmal einen. Das wäre jetzt schwierig. Dann noch die Kurve ohne Wand. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ja, da wird... Ah, ich bin jetzt gerade da oder? Weibbau 2 habe ich oase lange gespielt. Bis dahin brauchte er alle Gegner auf der Strecke zu töten, was leider im 1 noch nicht möglich ist. Den Fahrer schnaufe ich davon, oder? Dass du am Schluss der Erste von 1 bist, das ist recht lustig. Und die Weibbau 2 als den besten Ego-Shooter aller Zeiten einstaufen. Hm, interessante Gedanken. Im 1 kann man sie leider nicht töten in diesem Spiel. Aber davon fahren. Jetzt kommt hier der schnell schwierige Teil. Wahrscheinlich in wenigen Games. Sogar ich mich konzentrieren muss. Wenn ich relativ selten muss im Game. Moment, warten schon. RACE POSITION 1 RACE POSITION 1